Kästner nutzt die Kulisse des Internats um Fragen der Moral und des Verhaltens zu stellen. Die Charaktere müssen lernen ihre Differenzen zu überwinden und zusammenzuhalten. Diese Erzählung bleibt bis heute aktuell, denn sie behandelt universelle Themen wie Identität und die Suche nach Anerkennung. Dreh Pünktchen und Anton. In dieser charmanten Geschichte steht die Freundschaft zwischen Pünktchen und Anton im Zentrum. Pünktchen, ein wohlhabendes Mädchen, und Anton, der aus einer einfachen Familie stammt, müssen in einer Welt voller sozialer Ungleichheiten ihren Platz finden. Kästner bringt die Tragik der Armut und die Vorurteile der Gesellschaft auf leicht verständliche Weise zur Sprache, was das Buch besonders wertvoll für junge Leser macht. 4. Der Gang nach Omikron. Dies ist eines der weniger bekannten Werke Kästners, aber es ist nicht weniger bedeutsam. Der Autor kritisiert die gesellschaftlichen Konventionen und die Bürokratie der Weimarer Republik. In einer fiktiven Welt, die an die Realität angelehnt ist, gestaltet Kästner die Geschichte so, dass sie den Leser zum Nachdenken anregt. Die Botschaft über die Absurditäten des Lebens ist auch heute noch relevant. 5. Kleider machen Leute. In diesem Buch wird das Thema der Äußerlichkeiten und ihrer Bedeutung behandelt. Der Hauptcharakter wird aufgrund seiner Kleidung fehlerhaft wahrgenommen, was zu einer Reihe von Missverständnissen führt. Kästner hinterfragt damit die Oberflächlichkeit der Gesellschaft und die Art, wie Menschen aufgrund ihres Aussehens beurteilt werden. Diese zeitlose Botschaft ist sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene von Bedeutung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Erich Kästner mit seinen Büchern nicht nur unterhält, sondern auch wichtige gesellschaftliche Themen anspricht. Seine Werke laden Leser jeden Alters ein, sich mit den Herausforderungen des Lebens auseinanderzusetzen und zeigen, dass die Themen Freundschaft, Gerechtigkeit und Identität zeitlos sind. Die Auswahl dieser fünf Bücher ist daher nicht nur ein guter Einstieg in die literarische Welt Kästners, sondern bietet auch wertvolle Lebenslektionen. Autor mit Datum, Montag, 29. Juli 2024.